Meine Mama war Österreicherin, mein Papa ist Deutscher, ich bin in England geboren und ich wohne in Österreich, in Pinzgau. Ich bin nicht und ich war nie Engländin und wenn ich ehrlich bin, kann ich mir nicht vorstellen, wie in England zu leben. Auch in Deutschland habe ich nicht gelebt, weiß ich, ob ich da wohnen könnte und weil ich so gemischt bin, ich denke, dass ich ein Mensch bin, der vielleicht überall und nirgendwo hingehört. Also ich kann einfach nur sagen, dass hier in der Kirche fühle ich mich sehr wohl und hier möchte ich vorerst bleiben. Ich bin in Yorkshire geboren. Yorkshire ist also in Nordengland und das war eine Gegend, die auch sehr berühmt war für Bergbau. Die Menschen in Yorkshire sind absolut direkt, aber auch sehr, sehr herzlich. Nichts ist gespielt. Meine Mama war Österreicherin. Sie kommt aus dem Spital an der Drau. Mein richtiger Opa wurde im Krieg getötet. Meine Oma hat dann einen englischen Soldaten in Österreich kennengelernt und sie haben sich verliebt. Aber meine Mama und meine Tante waren schon auf der Welt. Also er hat, dieser englische Soldat, er hat dann diese zwei Kinder adoptiert und die Familie ist dann nach England umgezogen. Mein Papa ist Deutscher. Also er war Bergbauingenieur und damals war nicht so viel Arbeit und deswegen hat er die Entscheidung getroffen, also nach England zu ziehen und da Arbeit zu suchen. Aber mein Papa war und ist immer noch Deutscher. Also er wollte immer nach Deutschland zurückziehen und das hat er auch nach dem Tod von meiner Mama gemacht. In Österreich habe ich noch die Schwester von meiner Oma und ihren Sohn, aber das ist alles. Also die Hauptfamilie wohnt jetzt in England. Meine Kindheit, muss ich sagen, war sehr schön. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich da nicht hingehöre. Mit zehn Jahren habe ich eine Erfahrung gemacht, dass das alles ein bisschen geendet hat. In der Schule, ein Junge hat zu mir gesagt, also auf dem Schulhof hat er mir zugerufen, Und ich habe nicht reagiert, weil ich wirklich nicht gewusst habe, was ein Nazi ist. Und dann, er hat das gesagt und dann haben die anderen dann in den kommenden Wochen und so weiter mitgemacht. Und ich habe mich dann gefragt, aber was hat das mit mir zu tun? Ich bin in England geboren, also warum behandeln sie mich anders? Einfach weil ich nicht eine richtige Engländerin bin, weil meine Mama Österreicherin ist und mein Papa Deutscher ist. Und ich habe das wirklich nicht verstanden als Zehnjähriger. Ich habe von diesem Moment an nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich Engländerin bin. Ich gehöre nicht hierhin, habe ich immer gedacht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, also das war ein Anfang von dem Grund, weshalb ich später nicht mehr da wohnen konnte. Als Kinder haben wir immer die Familie von meinem Papa in Deutschland besucht, in den Schulferien. Aber wir waren, soweit ich weiß, nur einmal in Österreich. Eine Kundin, also ein Personal-Training-Kundin, hat mich eingeladen nach Österreich, um mit ihr einen Mountainbike-Urlaub zu machen. Und ich habe gedacht, ja, warum nicht? Wir sind nach Salzburg geflogen, von England, von London. Und da habe ich die Berge gesehen, Salzburg-Flughafen. Und ich bekomme jetzt Gänsehaut, wenn ich zurückdenke. Und da habe ich gedacht, ich bin zu Hause. Und das hat dann ein bisschen gedauert, also bis ich mein Haus verkaufen konnte und so weiter. Also das hat dann in 2003, sagen wir, angefangen. Und endlich im Mai 2006 bin ich hier in Österreich gelandet. Also die ersten drei Wochen hat es nur geregnet. Und ich meine geregnet. Also ich bin mit einer Freundin hierher gekommen. Und jedes Mal, als wir mit den Hunden rausgegangen sind, waren wir innerhalb von zehn Sekunden komplett nass. Also das war wirklich starke Regen, drei Wochen lang. Als ich zuerst in Kapun angekommen bin, es war immer noch, muss ich sagen, ein bisschen Urlaubsgefühl. Und ich kann mich daran erinnern, wie überraschend schön das für mich war, durch den Ort zu gehen und von wirklich jedem begrüßt zu werden. In England passiert das nicht, niemals, niemals, bis auf du den Leuten kennst. Aber hier ist das so, hallo, grüß dich, wie geht's? Und das war mich wirklich, wirklich wow. Also fremd, aber schön, sehr schön. Wir haben uns also mittlerweile entschieden, dass wir eine Mountainbike-Urlaubfirma aufbauen wollten für englische Mountainbiker. In England sind die Regeln und so weiter. Es ist ziemlich leicht, eine Firma aufzubauen und dies und das und das andere. Und ich war ganz schön überrascht, als ich erfahren habe, wie im Vergleich schwierig alles in Österreich ist mit Bürokratie und so weiter und so fort. Und ja, also da war, es war am Anfang nicht so leicht, als ich mir vorgestellt habe. Die Mountainbike-Firma, also wir haben nur englische Gäste genommen. Da kam dann, also diese finanzielle Krise, Weltkrise in 2008, 2009. Und auf einmal war das von heute auf morgen, bumm, aus. Die Engländer sind nicht mehr gekommen. Ich habe dann die Entscheidung getroffen, die Firma zu beenden. Also wir haben das, ich habe das dann gelöscht, einfach weil, also die Kosten zu hoch waren. Das Risiko war mir eigentlich zu groß. Als ich mit der Mountainbike-Firma aufgehört habe, habe ich mir gedacht, ja, dann war es jetzt. Ich war dann beim AMS, weil ich wollte dann weitermachen, aber ich wusste nicht was. Und dann bin ich dann zum AMS gegangen und habe dann meine ganzen Zeugnisse mitgebracht, also für alles, was ich in England gemacht habe. Und der Mann war sehr hilfsbereit und sehr höflich. Aber er hat gleich festgestellt, dass ich schwerhörig bin und dass ich überhaupt kein Pinzgauisch kann. Also er hat dann meine ganze Urkunde vor ihm und er hat gesagt, ja, das ist wirklich sehr schade. Du hast wirklich viel gemacht. Der Grund, weshalb ich dir keine Arbeit anbieten kann, ist nicht, dass du Ausländerin bist und nicht, dass du schwerhörig bist, aber beides zusammen. Dann bin ich auf die Idee gekommen, also was kann ich hier machen, dass die Leute hier nicht besser machen können. Und die Antwort ist klar, Englisch sprechen. Wenn man eine neue Sprache lernt, geht das um laut, klar und deutlich zu sprechen. Also Englisch lehren ist für mich eigentlich perfekt. Und dann hatte ich dann die Möglichkeit, Englisch bei der Volkshochschule zu lehren. Und dann kamen immer wieder Fragen, also machst du noch Englisch? Ich habe gehört, dass du Englisch machst und ich bin Kellnerin und ich möchte ein bisschen Englisch lernen, damit ich gut bedienen kann. Also wir bekommen immer wieder Leute, die nur Englisch können. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, ja, das geht, weil das sind wirklich Leute, die lernen wollen. Are you okay with your foot? Oh, it's not so well. He said I have to leave this problem. Hello, young Annie. Hello, my dear. How are you? My dear. It's all, my dear. Okay, so Tree Day starts next week. And tonight or this afternoon we're going to do something different. So we're going to pretend that you two are working at Tree Days. Okay. And nobody speaks German. Okay, so then we have to practice what you're going to say to people. Okay, so Annie. Hubertus von Spahr. Go out from the car park. Yes. Spahr, then turn right. Then you pass Deckerei Ensmann on your right side. Yes. And then go through Nalkirchen, till you come to ElectroDanker on your left. And the next house on the right side is Hubertus. Okay, Oshie, what's your first question? I don't feel well. Can you help me, please? Okay, I don't feel well. Can you help me, please? Yes. What's your problem? I have a very bad stomachache. Okay. Do you need a doctor or shall we call an ambulance for the hospital? I don't know. I feel very dizzy. I think I might fall over. Fall over. So it's better we call the ambulance. Oh, I don't know. I don't know how to do this here, but oh, it hurts. Hallo, hallo, ring ring. Hallo. Ich habe hier ein Problem. In Nalkirchen ist eine Dame, die fühlt sich nicht wohl. Könnt ihr sie bitte nach Mitteldienst ins Krankenhaus bringen zum Durchchecken? Okay. Wie lange dauert das ungefähr? 15 Minuten. Danke. Wiederhören. It takes 15 minutes. So, is there anything that I can do? Do you think, ah, it really hurts? I don't know. I'm not a doctor. I don't know. Is there anything that I'm not a doctor? I'm not a doctor. Can I give you a schnapps? Yeah. A schnapps. Parallel dazu habe ich begonnen, meine Erfahrungen als Krankenschwester für Psychiatrie niederzuschreiben. Diese habe ich dann später in Buchform bei einem englischen Verlag veröffentlicht. In dieser Zeit hat mich Johanna, eine sehr gute Freundin, sehr gut unterstützt. Mit 18 habe ich angefangen als Krankenschwester für Psychiatrie zu arbeiten. Und das Problem ist da, dass du das nicht mit anderen Leuten zu Hause zum Beispiel besprechen darfst. Also, du bist auf der Arbeit und du hast vielleicht einen Selbstmordversuch erlebt. Du gehst nach Hause und deine Mama fragt, was willst du essen? Die Leute mit psychischen Erkrankungen leben, sind auch von der Gesellschaft zur Seite geschoben. Einfach, weil viele Menschen diese Krankheiten nicht verstehen. Die Arbeit an meinem Buch hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, die Geschichten von Menschen, die nicht in der Mitte der Gesellschaft stehen, zu erzählen. Ich schreibe hauptsächlich für Strassenseitungen, so wie Apropos in Salzburg, Todverein Stuttgart und draussen in Münster. Im Sommer letztes Jahr sind viele flüchtende Menschen gekommen und ich habe mich sofort dafür interessiert. Wir haben dann eine Mitteilung von der Gemeinde bekommen und als ich das bekommen habe, waren die Jungs schon vielleicht zwei oder drei Wochen da. Ihr habt einander vorher nicht gekannt. Nein, gar nicht. Ihr wart 17 komplett Fremder. Ja, wir waren 17 komplett Fremder und wenn wir hier gekommen sind, dann alles war neu. Die Region, die Leute, die Sprache, die Kultur, alles war neu. Als ob man auf einem anderen Planeten einfach landet. Ja. Das nicht. Oh. Nein. Okay. Es war 2002. 2002 oder 2003. Aber die Erinnerungen von dem Terroranschlag in New York in 2001 waren immer noch sehr, sehr, sehr präsent in England. Weil England, also Tony Blair, der Premierminister, hat gesagt, wir stehen Schulter an Schulter mit Amerika. Und das hat bedeutet, dass plötzlich auf einmal in einem Land, wo sehr, sehr, sehr viel muslims immer gelebt haben, war Konflikt und die muslims waren dann auf einmal für alles schuld. Das war ein Freitagnachmittag. Und ich wollte dann in die Stadt fahren, um mein wochentliches Geld in die Bank zu bringen. Und ich bin dann, habe das gemacht und bin dann zurück zum Auto gelaufen. Und vor mir war ein Mann, ein Muslim. Da kamen dann auf einmal, also ungefähr sechs bis acht Jungs, die deutlich etwas am Nachmittag getrunken hatten. Dieser Hass, ich kann das immer noch spüren. Also wir waren in der Mitte, wir zwei, und dieser Kreis ist immer enger geworden. Und ich dachte auf einmal, oh Gott. Viele Leute haben geschaut, aber niemand hat geholfen. Niemand hat was gesagt. Und da habe ich gedacht, no. Das ist hier eine Gegend, wo viele, das ist, diese Vielfalt hat mir immer gefallen. Und wenn es so ist, dass diese Leute überall auf einmal Feinde werden. Ich kann hier nicht bleiben. Spinat? Palak. 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 Ja. Okay, Palak. Ist das nur das Wort für Spinat oder ist das diese? Das Wort für Spinat. Das Wort für Spinat. Das Wort für Spinat. Das Wort für Spinat. Samzi. 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 B. Sa. Samzi. 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 Okay, ich werde jetzt Samzi kosten. Ich habe bei dir noch nicht was gegessen, was ich gedacht habe, das gefällt mir nicht. Ich mag das nicht, das ist alles gut. Ja. Ja. Dann haben wir Steffi kennengelernt. und Annemarie und es geht immer weiter und jetzt kennen wir viele Leute von Neukirchen. Die Leute, wenn uns sehen, dann immer begrüßen, immer Hallo, immer wie geht's, immer irgendetwas begrüßen werden. Annemarie und Steffi, die sind wirklich die Hauptbetreuung, die machen wirklich alles, also wenn die Jungs brauchen zum Zahnarzt oder sie haben dann für Interview oder Arbeit und so, die sind dafür da. Also wenn wir zu dem Bescheid bekommen, dass der Assisi einen negativen Bescheid bekommen hat, dass er den ersten negativen Bescheid hat, also wir müssen ehrlich sagen, wir sind da gesetzt und haben alle gekriegt. Das ist der erste negativen Bescheid gewesen und da haben es natürlich auch so gewollt gekommen, weil wir hängen da ja auch schon oder sie ja hins und da haben wir natürlich einmal beratschlagt, weil wir wissen ja, rechtlich wissen wir auch nichts. Und das haben wir jetzt angekommen. Die Andrea weiß auch einiges. Wir haben einfach hier direkt das Ausspräch, das Interview, einfach klar rumkommt, dass sie schon in grossen Gefahr sind. Wir haben in Neukirchen elf afghanischen Jungs, acht davon sind Hasara und zwei Tadjik und ein paar Stunden. Die sind alle da, weil sie verfolgt wurden. Es gibt zum Beispiel Situationen, wobei junge Männer, also von der Taliban, also gekidnappt werden. Und die Taliban versucht, diese Männer zu überzeugen, dass sie Selbstmordattentäter werden. Und wenn die, wenn die das verweigern, werden die dann getötet. Also was bleibt dann über? Entweder du stirbst da in Afghanistan oder die Taliban tötet deine Familie, weil du verweigert hast oder du fließt. Und das ist etwas, was viele, viele, viele Leute nicht verstehen. Wenn man denkt, da ist in Afghanistan kein Krieg, warum sind die Leute hier? Ja, stimmt schon. Da ist kein Krieg, nicht ein Krieg wie es in Syrien gibt, wo Bomben vom Himmel fallen. Das ist eine andere Art von Krieg. Das war eigentlich auch einer der ersten Gedanken von uns, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen da eine gute Stimmung machen im Ort. Und deswegen muss ich mich auch darum kümmern und auch mit der einheimischen Bevölkerung reden, reden, reden und sagen, das sind nicht die Anufangen kommt da schon einiges. Aber da ist es wichtig, reden, reden, reden und auch lernen und kennenlernen. Natürlich auch. Und wir kennen halt auch viele Leute in den Kirchen, Kontakte und so. Und wenn man die ein bisschen nutzt, dann kommt sich da schon einiges. Arbeitsplätze sind jetzt in dem Sinn, dass sie gemeindemäßig arbeiten dürfen. Sonst dürfen sie noch nicht arbeiten. Der Organisator von die 3Ds hat mich gefragt, ob wir wieder ein paar Boys hätten, die uns helfen könnten. Gestern war ich oben und dann sind die Boys vorbei und dann gibt es schon so viel. Ich habe mich schon gesagt, hallo, 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 hallo. Und so, es ist, sie sind einfach schon richtig, man erkennt sie und sagt, sie sind integriert schon. Ich mag hier zu leben. Also es klingt vielleicht komisch, dass ich habe die ersten 40 Jahre meines Lebens in England gelebt, wo keine Bäcker sind. Und jetzt kann ich mich, ich kann mir das absolut gar nicht vorstellen, ohne Bäcker zu leben. Ich liebe die Siedlung, wo ich lebe. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und ich habe am Anfang dieses Jahres alles gemacht mit meinem Vermieter, damit ich bleiben, noch drei Jahre bleiben dürfte. Also dann, Pinskau kann noch drei Jahren mit mir rechnen, ich bleibe. Stefan Pinskau Pinskau ... Untertitelung des ZDF, 2020